Das ist Herr Lauterbach. Herr Lauterbach ist Logistikverantwortlicher bei einem Automobilzulieferer. Das Geschäft läuft sehr gut, aber er steht gerade unter hohem Druck. Jeder der OEMs, die er beliefert, hat immer wieder neue und sehr spezielle Prozessanforderungen. Das ist für Herrn Lauterbach eine große logistische und IT-technische Herausforderung. Denn eigentlich müsste er jetzt einen Programmierer beauftragen, der sein SAP-System an die Prozessanforderungen jedes einzelnen OEM anpasst. Das ist teuer und zeitaufwendig und er hat doch schon wieder neue Aufträge in der Pipeline. Dafür muss es eine andere Lösung geben. Nach einer kurzen Recherche im Internet wird er auch schon fündig. Speedy, ein SAP-basiertes Add-on von WSW-Software. Speedy übernimmt für ihn die Steuerung aller logistischen Prozesse und das individuell für jeden OEM. Ein Beispiel. Ein OEM braucht unterschiedliche Bauteile, die alle in einer Schicht verbaut werden müssen. Für die interne Logistik sollen sie deshalb mit einer Identifikationsnummer versehen auf einer Palette geliefert werden. Diese Nummer sendet der OEM im Abruf mit und erwartet Sie auf den Belegen und im Liefer-Avis. Mit Speedy kann Herr Lauterbach jetzt für jeden OEM nach dem Baukastenprinzip ein passendes Profil zusammenstellen. Das muss er dann nur noch aktivieren und schon werden die Aufträge automatisch richtig verarbeitet. Neben Besonderheiten im Belieferungsprozess haben Herr Lauterbachs Kunden auch immer wieder spezielle Wünsche im Bestell-, Rechnungs- und Gutschriftprozess. Auch da kann Speedy helfen. Herr Lauterbach ist neugierig und informiert sich weiter. Die Integration von Speedy geht einfach und schnell. Bei Fragen stehen ihm ein Support-Team oder ein Berater von WSW zur Seite, auch vor Ort. Wenn sich ein Prozess eines Kunden wieder einmal ändert, kann er schnell reagieren, denn Speedy ist modular aufgebaut, besitzt also bereits vorgefertigte Bausteine. In Zukunft kann seine IT-Abteilung Änderungen eines OEMs selbstständig in SAP konfigurieren, ohne zeitaufwendig neu programmieren zu müssen. Speedy hat sich schon bei vielen Kunden bewährt. Besonders gut findet Herr Lauterbach auch, dass Speedy release-unabhängig und modifikationsfrei ist. Herr Lauterbach ist beeindruckt. Jetzt kann er schnell und einfach auf spezielle Prozessanforderungen seiner Kunden reagieren. Speedy – einfach genial!